Nicht erst seit gestern verändern neue Technologien wie Unternehmen ihre Arbeit leisten und organisieren. Durch die Veränderungen entstehen neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen. Es ist wichtiger denn je, immer auf dem Laufenden zu bleiben, ständig den Überblick zu behalten und schnell informierte Entscheidungen zu treffen. Von Seiten der IT sehen die Herausforderungen nicht kleiner aus. Viele verschiedene Prozesse laufen mit ständig wechselnden Ansprüchen. Kosten-effizientes Resource Management über diverse verteilte Systeme ist kaum möglich. Die Konsequenz? Geschäftsabläufe werden verlangsamt, Mitarbeiter sind unzufrieden, ihr Unternehmen gerät ins Stocken oder kommen sogar zum Stillstand. Unternehmen nutzen heute vielfach verschiedene Insellösungen und decken so nur Teilbereiche ab. Jedoch ist gerade heute ein guter Überblick über die Performance der Geschäftsprozesse entscheidend. Die Lösung für Ihre komplette IT? Unser SAP Monitoring Tool ermöglicht Ihnen eine Gesamtübersicht über die einzelnen Bereiche und gewährleistet Ihnen einen reibungslosen Ablauf und ermöglicht Ihnen Problemfelder frühzeitig zu erkennen. Unsere Monitoring-Lösung fasst nicht nur SAP-Systeme wie auch SAP HANA zusammen, sondern auch andere Systeme. Hierfür stehen Ihnen spezielle Sensoren zur Verfügung, welche Sie individuell zusammenstellen können. Mit unserem Know-how können Sie jederzeit angepasst werden. Mit dem Reporting erhalten Sie eine managementtaugliche Grundlage für Ihre Entscheidungen. Sie bekommen den besten Überblick und die volle Kontrolle zurück. Sie planen, verteilen und entscheiden. Ohne Stress, immer zur richtigen Zeit. Unsere SAP-Sensoren unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse, bei der Risikominimierung sowie bei jeglichen Investitionsentscheidungen. Überlassen Sie nichts dem Zufall. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Wünsche ein. Vereinbaren Sie heute noch einen Demo-Termin.